Wirtschaftsminister Robert Habeck gesteht, er hat gestanden, dass eine Haussanierung bis zu 200.000 Euro kosten kann. Ja Leute, jetzt nachdem das Gesetz durch ist, wird diese Äußerung öffentlich gemacht von unserem Wirtschaftsminister. Wir gucken uns die Situation ganz genau an. Hat er auch eine Lösung dafür, wie wir Bürger diese Kosten tragen sollen? Ich kann es euch teasern. Nein, natürlich nicht. Das interessiert ihn aber auch bekanntermaßen nicht. Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du kritischen Content magst bis hier genau richtig, lass gerne ein Abo da. Und wir sehen das, die BILD berichtet nämlich hier, Sanierung kostet Hausbesitzer bis zu 200.000 Euro. Habeck gibt es zu. Und der geschätzte Energieminister, Klimaminister, Wirtschaftsminister, er kann ja alles, Kinderbuchminister, was auch immer, wie ihr ihn nennen möchtet, schreibt es in die Kommentare rein. Er war nämlich hier bei der deutschen Sanierungsindustrie bei der DNF, Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz und hat dort eine kleine Rede von sich gegeben und gehalten. Und es ist ganz interessant, dass jetzt auf einmal, nachdem nach der Sommerpause das unsägliche Heizungsverbotsgesetz durchgeboxt wurde durch den Bundestag mit Stimmen der FDP, das muss man hier wirklich nochmal klipp und klar festhalten, nachdem es ja Kritik gab aus der Bundestagsfraktion der FDP, dass es dann schlussendlich doch abgesegnet wurde. Wo es doch eigentlich noch von Kubicki hieß, wie schlimm es doch sei. Ja, hat die FDP doch dafür gestimmt. Und dann heißt es nämlich hier, doch dann die Enttäuschung der Gäste des Parlamentarischen Abends, denn Hoffnungen auf mögliche, noch schärfere Klimaregeln in der Zukunft und somit noch bessere Geschäftsaussichten machte der Minister persönlich zunichte, heißt es hier. Entsprechend teilte danach das Fachblatt Energie Zukunft enttäuscht wenig Aufbruchstimmung bei Parlamentarischem Abend. Weil man muss ja immer so sehen, das ist ja jetzt hier die Sanierungsindustrie. Das heißt, Hersteller für verschiedenste Sachen, die wir benötigen, wenn wir jetzt alle verpflichtet werden, unsere Buden zu renovieren und zu sanieren. Sprich, das kann natürlich die gesamte Industrie sein, die das durchführt. Sprich zum Beispiel Hersteller für diese Meißel, die da benötigt werden, die Elektrohammer und sonstige Geräte. Das sind natürlich die Fußbodenheizungen, die da rein müssen. Das sind die Radiatoren, die rausgerissen werden müssen. Das sind die Dämmungen etc. pp. Das ist ja wirklich eine ellenlange Liste. Und das sind natürlich Nutznießer dieser Situation. Und hier heißt es, in seiner Festrede hatte Habeck erstmals überhaupt zugegeben, gerade für die Ärmeren sind Klimasanierung eine heftige finanzielle Belastung. Wörtlich sagte er laut Welt, Zitat, in den am schlechtesten sanierten Gebäuden wohnen eben auch die ärmsten Menschen. Wenn da nicht nur eine Wärmepumpe für 20.000 Euro installiert wird, sondern auch die komplette energetische Sanierung auf ein deutlich höheres Niveau gefordert wird, dann reden wir von 200.000 Euro. Ein offizielles Geständnis des Wirtschaftsministers. Und es hieß doch über Monate hinweg, dass das alles gar nicht so schlimm wäre, dass das doch Quatsch wäre, was hier erzählt wird. Surprise, surprise, haben die Schwurpler wieder mal recht gehalten. Ja, ja, Leute, du kannst es dir nicht ausdenken. Und interessant, auch die Formulierung, wenn da nicht nur eine Wärmepumpe für 20.000 Euro installiert wird. Eine komplette energetische Sanierung spricht er hier von bis zu 200.000 Euro. Er sagt noch nicht mal bis zu, sehe ich gerade. Das ist ja hier im Titel sogar anders. Das ist ja sogar falsch wiedergegeben. Das hatte ich beim ersten Lesen gerade ja nicht gesehen. Auch gut gemacht Bild. Mal wieder nicht richtig zitiert. Wir reden hier von 200.000 Euro. Und egal, ob es jetzt 150.000 oder 200.000 sind, beides ist falsch. Beides ist pauschal einfach falsch. Du kannst nicht sagen, und das sage ich ja seit Monaten in meinen Videos zu dieser Thematik, du kannst nicht sagen, du brauchst eine Erheizung, zack, und dann weißt du auch, also wenn du jetzt eine Wärmepumpe, von mir aus nur 20.000 Euro, dann frage ich mich, was das für eine kleine Wärmepumpe sein soll. Also das, was ich an den meisten Angeboten gesehen habe, war 25.000, 30.000 Euro aufwärts. Aber gut, geschenkt, Herr Habeck, geschenkt. Wir haben es doch, ist doch kein Problem. Ne, Kollegin Baerbock, ja, die kann ja auch das Geld verteilen. Also, 20.000 Euro Wärmepumpe. Du kannst nicht sagen, dass du dann 180.000 Euro Budget brauchst oder auch hast für eine energetische Sanierung des gesamten Hauses. Das kommt erst mal auf die Quadratmeterzahl Wohnfläche an. Das kommt auf das Baujahr bzw. auf die verbauten Steine an. Das kommt darauf an, welche Fenster sind verbaut. Das kommt darauf an, wie viel Fensterfläche in Quadratmeter sind das denn. Es macht einen Unterschied, ob ich bodentiefe Fenster habe, die ich austausche, oder ob das kleinere Fenster sind. Vielleicht habe ich 50 Quadratmeter Fensterfläche, vielleicht habe ich nur 25 Quadratmeter. Das ist so pauschale Schwachsinnsaussagen. Da sieht man mal wieder, wie dieser Mann mit der Materie sich offensichtlich nicht richtig befasst haben wird. Das ist so unfassbar. Aber das Ganze geht noch weiter. Habeck ergänzte, politisch sei der Klimaschutz stark unter Druck geraten, der Veränderungswille beschränkt und höhere Preise kaum durchsetzbar. Obendrauf komme das Problem der lähmenden Bürokratie und rechtliche Hürden. Sein Konzept dagegen Genehmigungsverfahren beschleunigen und verschlanken. Mehr serielles Bauen heißt es hier. Wisst ihr Leute, da muss man sich doch wirklich an den Kopf fassen und überlegen, reicht denen das noch nicht, was die jetzt hier geschaffen haben? Küssen die dem noch nicht die Füße? Rollen die noch nicht den roten Teppich aus von der Sanierungsindustrie? Das, was auf uns zukommt, wird Aberbillionen oder Milliarden, machen wir es billig, Milliarden Euro kosten. Ich glaube, die FDP hatte es taxiert auf 250 Milliarden. Ich habe die Summen nicht mehr im Kopf, weil es so unfassbar viel Geld ist, das man nicht ausgeben kann, das nicht zur Verfügung steht. Das ist wirklich einfach nur krass. Oder so sei es doch unnötig, dass schon bei einer Dachstuhlsanierung im Kombipack mit der Installation einer Solaranlage eine neue Genehmigung vom Staat verlangt wird. Alles, was bisher ein bis zwei Jahre lang geprüft und genehmigt wurde, soll künftig in drei bis vier Monaten geplant und umgesetzt werden können. Primär müsse es nun darum gehen, nicht noch die nächste Vorschrift zu erlassen, sondern darauf hinzuwirken, dass die Dinge einfacher, günstiger umgesetzt werden können. Was nutzt mir das bitte, wenn ich hingehe und sage, okay, oder beziehungsweise dieses Objekt hier, mein Vermieter sagt dann, okay, wir haben jetzt hier das Gasheizung, Radiatoren, also Gaskörper, die hier im, also Gasheizung, also ganz normale Heizkörper, die hier in den jeweiligen Räumen verbaut sind. Jetzt sagt der, okay, wir gehen jetzt auf eine Wärmepumpe. Dann sagt der Installateur, reicht nicht, Vorlauftemperatur, funktioniert nicht, schwierig. Dämmung der Fenster, zweifach verglast, müssen wir austauschen. Eine Außenwanddämmung, müssen wir auch darüber reden. Dach, ist jetzt auch schon 25 Jahre ungefähr alt, müssen wir auch darüber reden. Etc. pp. Fußbodenheizung, musst du alle erstmal ausziehen. Wo wohnten denn in der Zeit? Zieh ich bei meinem Vermieter ein? Das sind alles Sachen, die sind bis heute nicht geklärt. Die wurden nicht geklärt. Und sie wurden auch von der FDP keineswegs mehr angesprochen. Gar nicht. Es ist einfach so sein gelassen worden. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Und dass eine CDU jetzt hier um die Ecke kommt, Unionsfraktionsvize, der war da, der Andreas Jung, sagt dann zur Bild, Robert Habeck beschreibt hohe Kosten von Heizungsaustausch in energetischer Sanierung, aber er bleibt die Antwort schuldig, wie Klimaschutz in Gebäuden trotzdem gemeinsam mit den Menschen gelingt. Jung kritisierte, die Ampel steht seit zwei Jahren für das Gegenteil. Die CO2-Einnahmen werden langfristig verplant, statt sie durch Entlastung bei den Stromkosten unmittelbar zurückzugeben. Und dazu muss man sagen, da hat er mal ein Recht. Natürlich. Die CO2-Steuer. Habt ihr da mal was wiederbekommen, so wie sie uns versprochen wurde? Was soll man dazu noch großartig sagen, Leute? Es ist wirklich absolut unfassbar. Zu meinem Punkt nochmal zurück. Es ist unerheblich, ob das Ganze jetzt schneller genehmigt wird, dass ich jetzt beispielsweise hier dies und jenes machen darf, neues Dach oder sonst was. Das ändert nichts daran, ob ich in drei Monaten keinen Kredit bekomme oder ob ich in zwei Jahren keinen Kredit bekomme oder es mir generell nicht leisten kann in drei Monaten oder in zwei Jahren. Das ist absoluter Humbug hinten bis vorne. Aber das interessiert ihn offensichtlich nicht, denn davon wird kein einziges Wort hier verlassen. Dementsprechend schreibt eure Meinung rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Bis zum nächsten und ciao.